So, das macht dann einmal 100 Euro. Bar oder mit Karte? Dann bitte einmal Bar, ne? Doch, was ist das denn? Das ist ja nur Kleingeld. Eine einfache Matheaufgabe. Das sollte doch kein Problem sein, ne? Ähm, ja gut, ich zähl eben nach. 90,50. Zweite Kasse, bitte. Was dauert denn davor nur so lange? So, langsam auch bitte zum Schluss kommen, ne? 100 Euro, stimmt genau. Das gibt mir 6, ne? Da fehlt noch 1 Cent. Jetzt sind es 100 Euro. Was? Ich hab dir auch damals schon gesagt, wenn man im Matheunterricht nicht aufpasst, dann landet man noch sogar bei McDonalds an der Kasse. Ich glaub, sie verwechseln mich gerade. So, einmal raus mit ihnen. Sie haben jetzt hier ein Lebenshausverbot. Das war ja nur ein kleiner Scherz. Dann wünsch ich noch einen schönen Tag, ne?